Bismillah, liebe Geschwister, heute eine Feinheit über einen bekannten Vers, den man sehr oft hört, gerade freitags. Und zwar geht es um den Vers in Suratul Ahzab, Surat 33, die Gruppierung, Vers 56, in dem es heißt Gewiss, Allah und seine Engel sprechen den Segen über oder für den Propheten, oder ihr glaubt, sprecht den Segen über ihn und grüßt ihn mit gehörigem Gruß. Hier gibt es eine sehr, sehr schöne Feinheit. Und zwar, Allah befiehlt hier oder erwähnt hier, dass er und seine Engel den Segen aussprechen für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Dann befiehlt er den Gläubigen ebenfalls dieses Bittgebet auszusprechen, den Segen und den Gruß. Hierzu sagen die Gelehrten, dieses Bittgebet, diesen Segen zu wünschen für den Propheten und ihn zu grüßen, wird ohne Zweifel angenommen, weil es unmöglich sein kann, dass Allah uns etwas befiehlt und es dann nicht annimmt. Das heißt, der Segen und den Gruß, den wir für ihn sprechen, sallallahu alaihi wa sallam, wird angenommen. Hierzu sagen jetzt die Gelehrten, spreche den Segenswunsch oft für ihn aus, spreche danach deine persönliche Bitte, deine persönliche Dua, auf dass diese mit den Segenswünschen verhakt wird oder verankert wird und dann beides angenommen wird. Und am besten sogar noch, nach deiner persönlichen Bitte, nochmal die Segenswünsche aussprechen. So befindet sich deine Dua zwischen zwei Duas, die auf jeden Fall angenommen werden, in der Hoffnung, dass deine, die sich dazwischen befindet, ebenfalls angenommen wird. Das heißt, spreche den Segenswunsch aus, sage Allahumma salli wa sallam ala nabiyana Muhammad oder sallallahu alaihi wa sallam oder alaihi salatu wa sallam oder das Bekannte, was wir im Gebet sagen, Allahumma salli ala Muhammad und so weiter. Danach hebst du deine Hände und sprichst deine persönliche Bitte und schließt wieder ab mit den Segenswünschen. Und darauf weist auch die Überlieferung hin, die Ibn Kathir für gut erklärt hat, in dem es sinngemäß heißt, das Bittgebet bleibt zwischen Himmel und Erde stehen. Nichts davon geht hoch zu Allah, bis man die Segenswünsche für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausspricht. Also achte darauf vor und nach deiner Dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen